Sportfrei mal wieder! Ja und schönen guten Morgen! Also ich bin früh aufgestanden, um diese schöne Naturerlebnis hier zu genesen. Die Sonne geht langsam auf und der Nebel steigt auf, ist einfach herrlich. Genau und zu einem weiteren Höhepunkt möchte ich euch für kommenden Sonntag einladen. Und zwar empfangen wir da auf der Wohlheide in Friedersdorf die Sportfreunde vom FSV Oppach und es geht 14 Uhr los. Also am Sonntag alle auf nach Friedersdorf. Ciao!